Ich war schon lange nicht mehr am Bernsteinsee und da es die ganze Zeit heiß Algen, die seltenen Karpfen laufen, testen wir das doch heute mal. Wo könnten denn die seltenen Karpfenarten sein? Na und praktischerweise muss ich da gar nicht weit laufen, was natürlich sehr angenehm ist. Und ich teste es einfach hier an der Stelle. Da hatte heute der Johnny nochmal gesagt, Algen teste mal hier, guck mal was ich hier rausgezogen habe, auf den momentan üblichen Köder. Also raus damit das Ganze. Wir gehen hier auf entspannt mit einem 25 Meter Clip rein. Erstmal ohne Futter mische, die bauen wir uns gleich zusammen. Zack, erstmal raus damit. Reicht das? Guck mal, da geht die Happy Hour schon los. Und ich teste jetzt hier erstmal mit drei verschiedenen Maiskörnern. Ganz, ganz simpel das Ganze. Gucken wir mal ein bisschen weiter aufladen. Ja, ich glaube das reicht. Und die dritte Rute auch noch. Also ganz simple Montage, ganz simples Setup. Einfach nur Pop-Up Rigs. Gehen wir natürlich gleich im Detail nochmal drauf ein. Und dann alles schön da vorne hingeworfen zu diesen beiden Zwillingsbäumen. Und dann gucken, was geht. So, und jetzt bauen wir uns natürlich noch eine Futter mische zusammen. So, eins, zwei, drei. Und zwar im Idealfall etwas, was eben auch hier auf unseren Köder abgestimmt sind. Futter mische, die in Richtung Tintenfisch geht. Denn Tintenfisch ist immer noch the one and the only. Wir brauchen also eine schöne Basis. Er hatte hier Weizenkleie genommen. Auch immer wieder gut. Hochwertige Basis. Also nehmen wir auch gerne die Weizenkleie mit rein. Dann brauchen wir aber auch nochmal ein bisschen was Geschreddertes. Und zwar brauchen wir hier Oktopus. Gucken wir mal hier. Oktopus, Tintenfisch, Oktopus, Zwölf. Nehmen wir mal hier einfach rein. Und das Ganze wird hier einmal durchgeschreddert. So, für die seltenen Karpfen nehmen wir natürlich auch hochwertige Komponenten. Und dann nehmen wir hier Oktopus einmal mit rein. Perfekt. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie Tintenfisch, wenn mich nicht alles täuscht. Rote Tintenfisch-Pellets, Tintenfisch-Kräuter. Jawohl. Ich nehme einmal hier 15. Und dann nehmen wir hier nochmal Tintenfisch in Feed-Pellets in 10. Dann haben wir schon mal die großen. Also wir haben hier 10, 15, 12. Schon mal richtig große, große Partikel hier. Und jetzt kommt hier nochmal was rein. Der Johnny hatte, er hatte Mais. Ne, was hat er drin gehabt? Lehm hat er drin gehabt. Das nehme ich nicht mit rein. Ich nehme gerade auch, ich sehe gerade, er hat hier die kleinen, die kleinen PVAs verwendet. Finde ich nicht so praktisch, weil gerade auch mit Lehm, das hält ja sehr lange. Also Lehm verlängert die Wirkdauer sozusagen. Und wenn du dann mit einer guten Frequenz da stehst und die ganze Zeit nachfütterst, du baust dir halt nochmal mehr eine größere Frequenz irgendwie auf. Ich sage mal, bei starken Strömungen kann ich das mit dem Lehm gut nachvollziehen. Aber bei einem stehenden Gewässer und, na ich glaube, also und auf Barbe würde ich es vielleicht auch noch machen. Er hatte auch eine Barbe mit dabei. Aber ohne Barbe und die wollen wir ja nicht zwingend haben, muss das glaube ich nicht. Ich nehme einfach mal Mais statt Leben mit rein. Und zwar hier diese Mais-Komponente. Denn wir gehen ja erstmal hier nur mit Mais auf Tintenfisch. Also ganz simpel. Das Ganze ist dann auch Tinten-Mais. So, machen wir noch den Bernie hin da. Und anfertigen das Ganze. Geht gerade jetzt natürlich nur einmal. So, dann kommt das Ganze hier ins PVA. Wo ist es? Tinte. Oh, ich habe es verkehrt benannt. Tinte Mais-Berni. Jawohl. Aber wir verangeln das ja jetzt auch. Dann ist es auch weg. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier das PVA-Säckchen. Aber es läuft auch schon. Und das ist doch schon mal wieder das beste Zeichen. Das wollen wir doch so haben. Auswerfen. Und selbst hier ist doch auch schon was drauf. Guck mal. Auswerfen. Und es funktioniert ohne Fudermische. Das ist immer das beste Zeichen. Sehr gut. Erster kleiner Schuppi schon da. Einfach hier raus. Zack. Gut 25 Meter. Next. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Da macht das auch Bock. Da kann man auch hier schön seine Happy Hour durchballern. Die Baben sind auch da. Guck mal an. Nehmen wir auch gerne mit. Babe lohnt sich auch immer übelst. Aber eigentlich will ich ja die seltenen. Oha. Oha. Was geht jetzt hier? Geht sogar noch einer rein, der direkt Bock hat. Ohne Fudermische. Sehr schön. Sehr schön. Und ich teste jetzt gerade erstmal die drei verschiedenen Maisarten Tintenfisch. Wir haben drei Stück zur Auswahl. Einmal. Der sieht so No-Name aus. Aber ist natürlich auch von der Firma. Aber die sehen so unspektakulär aus. Gucken wir uns gleich mal eben an. Oh. Den keshern wir aber mal. Der hat ein bisschen Gewicht hier. Können wir auch mal ein bisschen ranlaufen. Lederkarpfen. Auch direkt dabei. Schmeckt. 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 Gerne mehr davon. So. Ich bin auch gerade so ein bisschen gestreut. Habe ich gesehen. Also von da links bis hier rechts. Also schon eine ziemliche Spanne. Gut abgeworfen jetzt hier die Area. So. Nochmal drangehen. Und dann gucken wir mal eben rein. Hier ein Setup. Komplett simples Setup natürlich wieder. Hier unten. Das ist das Relevante. Wir haben hier einen Vorfach von 31 Kilo. Man kann natürlich auch kleiner reingehen. Das heißt, wenn man jetzt hier steht mit der Fortuna Carp und der HSV einfach nur als Rolle. Dann geht man hier natürlich auch kleiner rein. Da braucht man nicht 31 Kilo. Man hat ja auch nur seine 15 Kilo Bremskraft. Das bringt es dann also auch nicht. Da kann man auch deutlich kleiner. Vielleicht mit 18 Kilo oder so rein. Reicht komplett. Einserhaken. Macht schon Sinn. Und dann geht es halt hier los. Das ist eigentlich hier das Wichtige. Wir stellen einfach nur eben im Pop-Up Rigs, stellen wir ein, zwei Maiskörner. Ganz simpel. Und dann nehmen wir hier einfach Tintenfisch Normal hier von Craft Baits. Dann habe ich hier einmal drauf Tintenfisch Gelb. Und hier einmal noch drauf Tintenfisch Rot. Und damit sind wir durch. Eins, zwei, dreimal Tintenfisch. Eins, zwei, dreimal Zubbeln. Und jetzt haben wir schon 21 Uhr. Theoretisch, ne? Schnell raus mit der Futter-Mische. Aber eigentlich will ich noch warten. Entweder warte ich jetzt ohne Futter-Mische die ganze Nacht noch durch bis so 4 Uhr morgens. Und teste erstmal noch ohne Futter-Mische. Oder ich ballere jetzt nochmal hektisch rein. Aber bis das wirklich wirkt und so, dann haben wir auch schon wieder 11, 12 Uhr. Na, so ein, zwei Stunden. Hm. Ich glaube, ich lasse das erstmal. Und teste das jetzt noch weiter ohne Futter-Mische. Was passiert am Spot, ohne dass der von der Futter-Mische beeinflusst wird? Weil das ist ja das, was passiert. Wir schmeißen die Futter-Mische rein. Die Komponenten in der Futter-Mische. Beeinflussen die Population im Spot. Das heißt, wir haben den Spot. Wir haben da drin verschiedene Fischarten. Mal mehr, mal weniger. Und so wie die jetzt da sind, beißen die eben auch mal mehr, mal weniger. Und mit der Futter-Mische beeinflussen wir die Population. Das heißt, es beißen auf einmal die einen Fischarten mehr, die anderen weniger. Und das beeinflusst, wie gesagt, eben die Küder. Also das, was die Fische halt gerade mögen. Davon kommen dann eben mehr. Wenn es jetzt zum Beispiel die Barbe ist, die jetzt hier eigentlich gerade unterwegs ist, dann würde auf einmal mit der Futter-Mische vielleicht viel mehr die Barbe reingehen. Und die anderen wären dann weg. Andererseits würde ich natürlich auch gerne hier noch ein paar seltene sehen. Ich würde sagen, ich teste jetzt erstmal ein bisschen. Und dann schmeiße ich gleich in der Nacht gegen 4 Uhr morgens ungefähr nochmal die Futter-Mische raus. Und dann kann das so gegen 5, 6 Uhr richtig schön losgehen mit den frühen Karpfen. So, Futter-Mische ist rausgeschmissen und es geht los. Und bisher habe ich tatsächlich den Eindruck, dass der rote Mais, also das rote Maiskorn, wo jetzt auch gerade der große Lederkarpfen drauf war, vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Vielleicht läuft der einfach am besten. Gerade war auch schon mal ein bisschen gezuppelt dran. Wieder hier auf dem roten Mais. Ist dann aber irgendwie nicht gehakt. Danach war kurz eben da die Barbe noch hinterher, hier auf dem in der Mitte. Also momentan roter Mais ganz weit vorne. Ich habe jetzt das PVA draußen gerade erst rausgeschmissen. Und es geht auch sofort los. So, das heißt wir haben jetzt gleich 6 mal das 2er PVA draußen. Das heißt wir haben jetzt 12 Bällchen Futter-Mische. Das heißt wenn ihr hier mit einem Fiederkorb steht oder sowas, dann müssten da jetzt ja 12 mal ausgeworfen werden. Oder ihr nehmt den Fiederkorb, wo auch immer wieder 2 Bällchen reinpassen. Dann geht das auch. Oder natürlich einfach mit der Futter-Rakete. Da dann natürlich die passende Futter-Rakete. Und zwar die große Futter-Rakete. Da gibt es natürlich auch noch ein Video zu, welche Futter-Rakete für welche Futter-Mische. Und ich glaube tatsächlich, ich baue gleich um auf rot. Scheint mir hier gerade echt, ah doch nicht. Jetzt geht der No-Name hier, der geht auch rein. Der Farblose. Ich weiß gar nicht, ob er farblos ist. Müssen wir uns gleich mal angucken. Aber der von einer anderen Firma. Na guck. Wie immer, immer so ein bisschen hier den, ähm, immer so ein bisschen den Karpfen auch ziehen lassen. Also die Bremse nicht so hoch ballern, dass sie nicht abhauen können, wenn sie nochmal eskalieren. Gerade am Anfang. Wenn er Karpfen frisch gebissen hat, wenn er ein bisschen Bock hat, dann auch ein bisschen eskalieren lassen. Und dann eben nicht alles erzwingen wollen. Jetzt knattert es gerade nochmal in der Bremse. Dann haut er halt nochmal ein bisschen ab. Das heißt, ich habe die Bremse hier gerade entspannt auf einer 20. Wenn er eben nochmal richtig Gas geben will, dann hat er die Möglichkeit und kann einfach auch nochmal abhauen. So, komm ran. So, und schönen Kescher nicht vergessen. Jo, 11 Kilo schmeckt auch. Nehmen wir gerne mit. Ich glaube, so zwei, dreimal werfe ich noch raus mit PVA. Wobei, eigentlich reicht es schon fast. Zack, next. Oha, hier ist die Bremse deutlich zu hoch eingestellt. Glück gehabt. Glück gehabt. Nicht abgerissen. Na, was haben wir da? Irgendwas Lüttes. Und hier mache ich jetzt auch schon das PVA einfach wieder ab. Denn das reicht eigentlich schon wieder. So, zack, auf die 25 Meter. Und bisher sieht es auch schon ganz gut aus. Gar nicht so schlecht. Ja, jetzt war hier natürlich gerade die Nacht. Aber, ähm, ja, da geht ja nicht so wirklich viel. Und dann geht es eben los hier in den Morgenstunden. Ja, gerade ausgeworfen. Sofort wieder bis. Das ist auch ein richtig gutes Zeichen. So wollen wir das haben. Jetzt hoffe ich hier natürlich auch noch ein bisschen auf die seltenen Brocken. Ähm, wie gesagt, der Johnny hatte mir da auch ein Bild gepostet im Discord. Ich glaube, da waren direkt hier in den ersten paar Minuten, hatte er da einiges an seltene. Oder was hat er gestanden? 20 Minuten hat er gestanden. Eins, zwei, drei, viermal Geister Schuppenkarpfen zwischen drei und zehn Kilo. Und das ist doch nicht verkehrt. Alles eben hier auf Mais. Spiegelkarpfen auch mit dabei. Sehr schön. Ja, und jetzt so langsam wirkt es halt erst richtig los. Wir haben 5 Uhr, 10 Uhr oder zwischen 5 und 10. Dann kann es jetzt gleich hier nochmal richtig schön abgehen. Next. Joa, Frequenz ist top, wie man es gewohnt ist, vom einfachen Maiskorn. So soll das doch sein. So will man das hier. Damit man eben auch richtig schön Action hat. Und damit das nicht so langweilig ist beim Karpfenangeln. Und man hier schön Frequenz hat, Prozente machen kann. Man kann hier natürlich auch gut Silber machen beim Karpfenangeln. So kann das gerne weitergehen hier. Wobei es könnte sogar noch ein bisschen mehr sein. Es könnte jetzt schon wieder anfangen zu bimmeln. Einfach, einfach mehr Karpfen als Minuten, dann ist das schon immer ein ganz gutes Zeichen. So, nur aber jetzt. Komm ran hier. Perfekt. Auch hier PVA erstmal wieder runter. Und direkt wieder raus damit. Wenn ihr euch noch unsicher seid hier mit dem Ganzen, auch mit dem PVA, auch für andere Futter mischen. Auch zum Berni gibt es bestimmt schon drei, vier Videos, wie man hier startet. Wo sind die kleinen Spots, wo man auf hohe Frequenz gehen kann. Einfach nur, damit man eben gut Prozente machen kann. Mit welchen Futter mischen geht man da rein. Mit welchem Setup geht man da rein. Und so weiter und so weiter. Alles erklärt. Also einfach mal auf die Playlist hier vom Bernsteinsee gehen und reingucken. Ja, und ich ziehe jetzt hier noch weiter raus. Bisher leider noch kein seltener, aber ein paar schöne Baben. Das ist schon mal nicht schlecht. Nehme ich auch gerne mit. Ich glaube, rein kodetechnisch ist es auch gar nicht verkehrt. Ich meine, wir sind ja jetzt hier wirklich direkt an der Base. Da kann man mal eben gucken. Schon die ersten 100 Silber drin. Passt. 24 Minuten mit Nacht eingerechnet sogar schon. Also mit dieser Flaute, wo in der Nacht nichts geht. Kann man machen. Und ich hoffe, dass das jetzt, ja, es bimmelt schon weiter. Ich hoffe, dass das jetzt richtig gut abgeht. Welcher jetzt hier der beste Mais ist, gute Frage. Werden wir sehen. Bis jetzt ist bei mir tatsächlich der Rote vorne. Wobei, so ganz kann man es nicht sagen. Knapp. Kopf an Kopf. Und der hier, der Craft Bait, liegt auch ganz gut im Rennen. Also auch der hat schon ganz gut geliefert. Und jetzt liefert der Gelbe. Ich glaube, die sind alle dicht nah beieinander. Und liefern alle. Also von daher, vielleicht einfach auch alle drei Routen. Alle drei verschiedenen Mais-Sorten rausschmeißen. Und dann einfach mal analysieren, welcher Mais hat denn welche Fische gebracht. So, aber nun Petri Lümmel zieht raus die Brocken. Gönnt euch hier ein bisschen mit simplen Setup. Den Berni. Bis dahin. 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 Bis zum nächsten Mal.